Musik Wehrmachtbericht 18. April 1944 Bei Tarnopol kämpfen sich weitere Teile der Besatzung befehlsgemäß zu den in harten Angriffskämpfen vorgedrungenen, von der Luftwaffe wirkungsvoll unterstützten Verbänden des Heeres und der Waffen-SS durch. Damit hat der heroische Kampf der Besatzung seinen Abschluss gefunden. In 25-tägigem erbitterten Ringen hat sie von Transportfliegergeschwadern trotz stärkster feindlicher Abwehr in aufopferndem Einsatz versorgt, dem Ansturm einer mehr als zehnfachen feindlichen Übermacht bei schwerstem Artilleriefeuer und laufenden Luftangriffen standgehalten und durch das Binden starker feindlicher Kräfte den Aufbau einer festen Abwehrfront ermöglicht. Erst als Munitions- und Wassermangel den weiteren Widerstand unmöglich machten, wurde der Befehl zum Ausbruch gegeben. Aber was sich im Wehrmachtbericht am 18. April nach großem Verantwortungsbewusstsein der obersten Führung anhörte, war in Wirklichkeit eine üble Vertuschung der Wahrheit. Denn die in Tarnopol eingesetzten deutschen Verbände in Stärke zwischen 4.500 und 5.000 Mann waren nicht ausgebrochen, sondern so vollständig vernichtet worden, dass man von einem Mini-Stalingrad sprechen kann. Tarnopol, Deutsch-Tarnstadt, bis 1944 meist als Tarnopol bezeichnet und benannt nach seinem Gründer, dem von 1488 bis 1561 lebenden polnischen Adligen Jan Amor Tarnowski, liegt im Westen der Ukraine am Ufer des Flusses Seret. Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 mit dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen lebten in dieser ukrainischen Provinzhauptstadt auch eine sehr große Zahl Juden, Polen und Deutsche. Als dann am 17. September 1939 die Rote Armee von Osten her in Polen einfiel, wo sie sich bei Brest-Litovsk mit der Wehrmacht traf, hatte auch sie sich gemäß des am 28. August 1939 unterzeichnenden deutsch-sovjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrags, dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, ihre Beute einverleibt, wonach Deportationen der polnischen Bevölkerung einsetzten und eine Terrorkampagne gegen die Ukrainer, die die sogenannte Organisation ukrainischer Nationalisten, kurz OUN, unterstützt hatten. Bei dieser Organisation handelte es sich um eine 1929 in Wien gegründete ukrainisch-nationalistische Organisation, unter dem am 23. Mai 1938 in Rotterdam vom sowjetischen Geheimdienst NKWD ermordeten Jefen Michailovic Konovales, die die Unabhängigkeit von der Sowjetunion verfolgte. Um nun besser einordnen zu können, in welcher geschichtlich-politischen-militärischen Gemengelage sich die Ukraine befand, lohnt ein kurzer Blick zurück, zumal ja die wechselhafte Geschichte der Ukrainer auch heute während des Krieges mit Russland ein Thema ist. Zwischen 1764 und 1881 hatte die russische Zarin Katharina die Große, geborene Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Serbst, einen Großteil der Zentralukraine in das russische Reich eingegliedert. 1783, nach der Annexion der Krim, hatte dort eine starke, erzwungene Russifizierung eingesetzt. Dann, 1795, war nach der von Russland, Preußen und Österreich durchgeführten dritten polnischen Teilung der westliche Teil der heutigen Ukraine zwischen Russland und Österreich aufgeteilt worden. Wie überall in Europa des 19. Jahrhunderts war es auch in der Ukraine zu einem Aufstieg des Nationalismus gekommen, wobei besonders die dortige Intelligenz sich für eine nationale Wiedergeburt und soziale Gerechtigkeit eingesetzt hatte. Das Bild zeigt den ukrainischen Nationaldichter Taras Shevchenko, einem der Hauptprotagonisten des Erwachens des ukrainischen Nationalbewusstseins. Während man die Bedingungen für eine solche Entwicklung im österreichischen Kronland Galicien als zumindest als moderat bezeichnen kann, waren die im russischen Teil historisch bekannt als Kleinrussland, Kleiner Russ oder Südrussland ungünstiger. So hatte die russische Verwaltung sogar ein Verbot aller ab 1876 in ukrainisch veröffentlichten Bücher erlassen. Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Industrielle Revolution begann, die sich im 19. Jahrhundert noch einmal verstärkte, hatte die in der Ukraine wie auch im Rest Russlands später begonnen, als zum Beispiel im Großtal Westeuropas, da in Russland noch bis 1861 die Leibeigenschaft herrschte, während die zum Beispiel bereits im allgemeinen preußischen Landrecht von 1794 als unzulässig bezeichnet worden war. Allerdings darf man nicht übersehen, dass die Ukraine, abgesehen von den Kohleminen im Donbass und einigen größeren Städten wie Odessa und Kiew, weitgehend ein Agrar- und Rohstoffgewinnungsland war. Dieser Umstand war auch mit der Grund für die bedrückende Armut, besonders im bis 1918 österreichischen Teil der Ukraine, die Hunderttausende von Bauern nach Kanada, den USA und Brasilien auswandern ließ, aber auch Hunderttausende nach Sibirien und nach Zentralasien. Beispiel, bei Baubeginn der Transsibirischen Eisenbahn 1891 hatte Sibirien rund 5 Millionen Einwohner, aber allein zwischen 1903 und 1914 hatten sich rund 4 Millionen ukrainische Bauern entlang der Trasse angesiedelt, wonach die fernöstlichen Gebiete mit einer ethnisch-ukrainischen Bevölkerung auch als die grüne Ukraine bezeichnet wurden. Am 1. August 1914, mit Beginn des Ersten Weltkrieges, war der österreichische Teil der Ukraine, das Kronland mit Namen Königreich Galicien und Lodomerien loyal auf Seiten Österreich-Ungarns, das aber bereits in der vom 23. August bis 11. September 1914 dauernden sogenannten Schlacht in Galicien, das nordöstliche Galicien samt der hier gezeigten Hauptstadt Lemberg an russische Truppen verloren hatte. Als dann aber im Mai 15 mit der russischen Niederlage in der Schlacht bei Golitsche Tano deren Rückzug begann, wurde die Ukraine, wie wir sie heute kennen, zum Kriegsgebiet. Und als 1917 das russische Reich zusammenbrach, auch durch die sich immer stärker ausbreitende sowjetische Februar-Revolution, hatten sich in der Ukraine die Kämpfe zum ukrainischen Unabhängigkeitskrieg entwickelt, in dem die ukrainischen Aktivisten in vier politischen Alternativen involviert waren. In der bolschewistischen sogenannten Roten Arbeiter- und Bauernarmee, in der gegen die Rote Armee kämpfenden Weißen Armee, in der anarchokommunistischen Schwarzen Armee oder in der aus Partisanen bestehenden, gegen alle Seiten kämpfenden Grünen Armee. Nach der sowjetischen Februar-Revolution 17 hatte sich in den ukrainischen Gebieten des russischen Reiches der sogenannte Zentralrat als zentrales Entscheidungsgremium etabliert, der am 20. November 17 nach der im Oktober in Russland stattgefundenen gewaltsamen kommunistischen Machtübernahme die ukrainische Volksrepublik ausgerufen und als autonomen Staat innerhalb der russischen Sowjetrepublik bezeichnet, was dann seit Dezember 17 auf dem ukrainischen Territorium zum sowjetisch-ukrainischen Krieg führte, ausgetragen zwischen den Armeen der ukrainischen Volksrepublik und den russischen und ukrainischen Roten Gaben. Als Anfang Februar 18 bolschewistische Verbände Kiew erobert hatten, ersuchte der ukrainische Zentralrat die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn um Unterstützung gegen die Bolschewisten, wonach von der vom 18. Februar bis 3. März 18 dauernden militärischen deutsch-österreich-ungarischen Operation Faustschlag nahezu das gesamte Gebiet der heutigen Ukraine in deren Hände gefallen war, was am 9. Februar 18 zum Sonderfrieden mit der Ukraine führte und mit Unterstützung Deutschlands und Österreich-Ungarns am 29. April zum kurzlebigen sogenannten ukrainischen Staat. Nachdem sich dann aber das Kriegsglück gegen Deutschland und seinen Verbündeten Österreich-Ungarn gewendet hatte, endete der sowjetisch-ukrainische Krieg im April 18 mit dem bolschewistischen Sieg. Als dann im November 18 die Mittelmächte, also Deutschland und Österreich-Ungarn, die Waffenstrecken und ihre Truppen aus der Ukraine abziehen mussten, war es nach ukrainisch-polnischen Streitigkeiten um die Kontrolle über Ostgalicien am 1. November 18 zu dem bis 18. Juni 19 dauernden polnisch-ukrainischen Krieg gekommen, den Polen für sich entscheiden konnte. Danach begann das Gezerre der Kriegsgewinnler, um den sich mit Hilfe Deutschlands und Österreich-Ungarns am 29. April 18 gebildeten bereits erwähnten ukrainischen Staat, also dem österreichischen Teil der Ukraine, mit dem Ergebnis, dass die westukrainischen Gebiete an Polen, Rumänien und die Karpaten-Ukraine an die neu gegründete Tschechoslowakei fielen, die Zentral-Ost- und Süd-Ukraine an die nach der Oktoberrevolution am 7. November 17 gegründete russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, die dann ihre Erwerbung am 6. Januar 19 zur ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik ausrief. Während der kriegerischen Auseinandersetzungen um die Herrschaft über die Ukraine war das Land verwüstet worden, über eineinhalb Millionen Menschen waren ums Leben gekommen, Hunderttausende obdachlos. Als dann ab 1929 der in Georgien geborene Sowjetdiktator Yosef Zhugashvili, der seit 1912 den Kampfnamen Stalin trug, der Stählerne, die Landwirtschaft mit viel Propaganda von blühenden Landschaften zwangsweise kollektivieren ließ, damit auch in der sowjetischen Kornkammer Ukraine, war es unter dem ehemaligen Schuster und jetzigen Vertrauten Stalins, dem Politiker Lassar Moisejevich Kaganovich in der Ukraine zu einer wohl absichtlich herbeigeführten Hungersnot gekommen, bekannt unter dem Namen Holodomor, die in der Ukraine zwischen 2,4 Millionen bis zu 7 Millionen, nach anderen Berechnungen bis zu 14,5 Millionen Opfer gefordert hatte. Auch unter diesen Eindrücken war Anfang 1929 in Wien die Organisation ukrainischer Nationalisten gegründet worden, kurz OUN, die in ihrem bewaffneten Kampf unter anderem von der Reichswehr und der Armee Litauens unterstützt wurde. 1940 hatte sich dann die OUN in zwei Lager aufgespaltet, in die Melnikisten unter Andri Melnik und den Banderisten unter dem 1959 von sowjetischen Geheimdienstoffizieren in München ermordeten Stefan Bandera, die beide eng mit der Wehrmacht zusammenarbeiteten. So hatte Bandera für die OKW-Abteilung Abwehr unter Admiral Canaris 1941 die Bataillone Nachtigall und Bergmann aufgestellt und die Melnikisten im Sommer 1943 die 14. Waffengrenadierdivision der SS, galizische SS-Division Nummer 1. Für ihre Mitwirkung am deutsch-sowjetischen Krieg hatte man der bis zu 300.000 Mann starken ukrainischen Befreiungsarmee, die sich stark in der hauptsächlich griechisch-katholisch-westukrainischen Provinz Galizien rekrutierte, mit der ukrainischen Unabhängigkeit gelockt, die aber außer leeren Versprechungen zu keiner Zeit in der politischen Absicht des nationalsozialistischen Deutschlands gelegen hatte, was sich auch sehr deutlich gezeigt hat in der harten deutschen Besatzungspolitik und der bereits im Juli 1941 stattgefundenen Verbringung ihrer Führer Melnik und Banderer in das Konstellationslager Sachsenhausen. Denn waren im Sommer 1941 die deutschen Truppen in der West- und Zentralukraine noch begeistert als Befreier begrüßt worden, hatten diese Befreier zwar das Sowjetregime beseitigt, es aber abgelöst vom abstrakten System der deutschen Bürokratie, unter dem von 1941 bis 1944 als Reichskommissar im Reichskommissariat Ukraine amtierenden Erich Koch. Nach diesem wirklich nur sehr kurz gefassten Ausflug in die wechselhafte Geschichte der Ukraine, jetzt zum 2. Juli 1941, an diesem Mittwoch, zwei Wochen nach dem am 22. Juni begonnenen Unternehmen Barbarossa, waren Verbände der deutschen 17. Armee unter dem General der Infanterie Karl-Heinrich von Stülpnagel in Tarnopol einmarschiert. Dort hatten sie vor dem Gerichtsgebäude und dem KGB-Gefängnis in der Mikvitsstraße die Leichen von zahlreichen politischen Gefangenen gefunden, die von der sowjetischen Geheimpolizei vor ihrem Abzug ermordet worden waren. Zu den Massenmorden an den ukrainischen Gefangenen war es gekommen, da durch den schnellen deutschen Vormarsch die damals geltenden sowjetischen Richtlinien nicht angewandt werden konnten, nämlich alle Häftlinge im Falle eines Krieges aus den gefährdeten Gebieten ins Landesinnere zu evakuieren. Nachdem, da nach Beginn von Barbarossa deutsche Soldaten Gefängnisse in unmittelbarer Grenznähe besetzt und die Insassen freigelassen hatten, nach sowjetischen Angaben über 13.000 Klassenfeinde und konterrevolutionäre Elemente, wie diese Menschen im sowjetischen Sprachgebrauch benannt wurden, hatte der Chef des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes, Lavrenti Beria, der bereits für das im April und Mai 1940 in Polen durchgeführte Massaker von Katyn mit 22.000 ermordeten polnischen Offizieren und Intellektuellen verantwortlich war, am 24. Juni 1941 den Geheimbefehl erlassen, alle konterrevolutionären Elemente unter den Häftlingen ausnahmslos zu liquidieren. Dieser Befehl war dann das Signal gewesen für grauenvolle Massakern an mehreren Zehntausenden von Menschen in den meisten Gefängnissen im Baltikum, Weißrussland, in der Ukraine und in Bessarabien, heute Moldawien. In Tarnopol und den benachbarten Gemeinden waren rund 2.000 Menschen teilweise so ermordet worden, indem Handgranaten in die Zellen geworfen wurden. Das am 10. Juli 1941 aufgenommene Foto zeigt sogenannte Volksdeutsche bei der Identifizierung ihrer im Tarnopoler Gefängnis ermordeten Angehörigen. Kaum aber waren die Wehrmachtverbände aus Tarnopol abgezogen, war am 2. Juli das zur Einsatzgruppe C gehörende Sonderkommando SK 4B eingetroffen, unter dem Juristen SS-Hauptsturmführer gleich Hauptmann Günther Herrmann, das mit Hilfe der ukrainischen Polizei und der örtlichen nichtjüdischen Bevölkerung zwischen dem 4. und 11. Juli Pogrome veranstaltete mit Hunderten von ermordeten Juden. Was die nächsten Kriegsjahre betraf, lag Tarnopol in der Etappe, war Eisenbahnknotenpunkt, durch den mehrere Strecken führten, die zur Versorgung der Heeresgruppe Süd genutzt wurden. Das Gelände um die Stadt ist weitgehend flach und nur von wenigen kleinen Hügeln, Waldungen und Dörfern durchzogen. Der Fluss Seret und ein an den Ufern sumpfiger See trennen den Hauptteil der Stadt von ihren westlichen Vororten, Zakrobeler und Kutzkopf. Eine Brücke auf einem Damm am Südteil des Sees verbindet beide Teile. Für alle Fälle waren von der Garnison Tarnopol um die Stadt im Umkreis von 2 bis 3 Kilometern Feldbefestigungen angelegt worden. Allerdings gab es keinen Flugplatz zum möglichen Einfliegen von Reserven, Waffengerät, Munition oder Lebensmitteln. Wie auch die übrigen deutschen Besatzungstruppen in der ukrainischen Etappe, war auch die Garnison Tarnopol unterstützt worden von der sogenannten ukrainischen Aufständischen Armee, UPA, dem 1942 gegründeten militärischen Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten, UN. Als deren regionale Führer aber die leeren deutschen Versprechungen nach Unabhängigkeit ihres Landes durchschaut hatten, hatten sie als Partisanen teilweise auch gegen die Wehrmacht gekämpft, wobei allein im Herbst 1943 rund 1500 deutsche Soldaten getötet worden waren. Betrachtet man nun die ab dem 22. März 1944 in Tarnopol stationierten deutschen Verbände und Einheiten in Stärke zwischen 4500 und 5000 Mann unter dem Befehl des 1892 in Koblenz geborenen Generalmajors Egon von Neindorf bestanden die aus einem militärischen Sammelsurium. Ich habe die Liste nach bestem Wissen zusammengestellt, wobei aber im Prinzip sämtliche Angaben zu der Schlacht um Tarnopol mit Vorsicht zu genießen sind, da von denen bis zu 5000 Soldaten nur 55 aus dem Kessel ausbrechen konnten und danach vieles dazu nur im höheren Sagen weitergegeben worden war, mit den bekannten Fehlerquellen. Und dann schreiben ja auch Historiker und Journalisten gerne von anderen ab und übernehmen alles ungeprüft. Als nun 1944 die Wehrmacht im Verlauf des Krieges von der Roten Armee immer weiter nach Westen zurückgeschlagen worden war, standen dem Stab des Generals von Neindorf zur Verteidigung von Tarnopol am 22. März 1944 zur Verfügung, zwei Bataillone des Grenadierregiments 949 unter dem 1892 in Schönebeck-Elbe geborenen Oberst Karl August von Schönfeld. In dem am 1. Dezember 1943 aufgestellten Regiment waren vorwiegend 17 18-jährige Soldaten des Jahrgangs 1926 mit verkürzter Grundausbildung. Es unterstand der am 11. November 1943 auf dem Truppenübungsplatz Radom aufgestellten 359. Infanteriedivision. Das sogenannte Demba-Füsilierbataillon, der auf dem Truppenübungsplatz Demba im Januar 1944 aus der zerschlagenen 68. Infanteriedivision aufgestellten sogenannten Demba-Schatten-Division, die zur Auffrischung anderer Divisionen dienen sollte. Das 1941 in Ingolstadt aufgestellte und aus alten oder jungen kriegsversehrten Soldaten bestehende bodenständige Landesschützenbataillonen 543 mit vier Kompanien mit mangelhafter Ausstattung und Ausbildung. Das am 1. April 1941 in Meiningen aufgestellte Bewährungsbataillon 500 nicht zu verwechseln mit den Bewährungsbataillonen mit 9ernummern. Bei der Aufstellung der 500er Bewährungsbataillone, in denen Soldaten aller Dienstgrade dienten, die zum Beispiel wegen unerlaubter Entfernung oder Diebstahl bzw. Unterschlagung militär-juristisch bestraft worden waren, war ausdrücklich festgestellt worden, dass der Dienst in der Bewährungstruppe Ehrendienst sei wie jeder andere Wehrdienst und die Einheiten in keiner Weise den Charakter einer Straftruppe hätten. Die Reste des sogenannten SS-Alarmbataillons Micheling, das war das dritte Bataillon des im Juli 1943 in Lemberg aufgestellten SS-Freiwilligen Regiments 4 aus der 14. Waffengrenadier-Division der SS, galizische SS-Division Nummer 1, wobei die Angaben zum Bataillon Micheling aus einem frühen sowjetischen Bericht stammt und sonst nicht bestätigt ist. Eine Kampfgruppe Grundmann in Kompaniestärke, eine Alarmkompanie von der 8. Panzerdivision und eine Alarmkompanie Vogel. Die vierte Abteilung des zur 359. Infanteriedivision gehörenden Artillerieregiments 359 mit Stab und drei Batterien, der 10., 11. und 12. mit je drei 10,5 cm leichten Feldhaubitzen und acht 15 cm schweren Feldhaubitzen. Eine Sturmgeschützabteilung mit neun Sturmgeschützen, eine Panzerabwehrkompanie mit sechs 7,5 cm Panzerabwehrkanonen, 97-38. Insgesamt waren für den Verteidigungsraum Tarnopol 15 Packgeschütze vorhanden, einschließlich einiger hoffnungslos veralteter Pack 36, die wegen ihres wenig durchschlagkräftigen Kalibers 3,7 cm von den Lanzern auch Heeresanklopfgerät genannt wurden. Eine Artilleriebatterie des Artillerieregiments 1 der ersten SS-Panzerivision Leibstandarte mit sechs Geschützen, entweder mit der 15 cm schweren Panzerhaubitze Hummel oder dem 10,5 cm Geschützwagen 2 für leichte Feldhaubitzen 18-2 Wespe. Den Resten der angeschlagenen vierten Batterie der Heeresflag-Artillerieabteilung 284 mit drei 2 cm und vier 8,8 Flugabwehrgeschützen, wobei in allen Berichten über diese Heeresflag-Artillerieabteilung immer nur von drei Batterien gesprochen wird. Schließlich die zweite Kompanie des divisionseigenen Pionierbataillons 359 sowie weitere kleine Einheiten. Dieses Sammelsurium aus kampferprobten Männern, alten Landesschützen, notdürftig ausgebildeten 17- bis 18-jährigen Jungen, Bewährungssoldaten, der Handvoll Artilleristen der Waffen-SS, von Anfang an ohne größere Vorräte an Munition, besonders für Artillerie und schwere Waffen, sahen sich jetzt ausgesetzt ab dem 4. März 1944 den Angriffen größerer Teile der aus vier Chors mit zwölf Infanteriedivisionen bestehenden 13. sowjetischen Armee unter Generaloberst Nikolai Pavlovich Puchow, die während der sowjetischen Proskurov-Tschernovitze-Operation der 1. ukrainischen Front, gleich Heeresgruppe, unter dem Marschall Georgi Schukow auf Tarnopol angesetzt war. Am Abend des 7. März hatten drei Armeen, die 60. 3. und 4. Garde Panzer, die Linie Tarnopol-Tscherni-Ostrop erreicht, womit sie dann auch die wichtige Eisenbahnlinie Lemberg-Odessa beherrschten. Als sich dann aber der deutsche Widerstand versteifte, hatte Schukow sich entschlossen, das grün markierte Tarnopol im Süden zu umgehen und so die Stadt zunächst abzuschneiden. Als dann am 9. März erste sowjetische Repanzer-Einheiten und Infanterie in Tarnopol eingedrungen waren, hatte die Heeresgruppe Süd eilig zusammengekratzte Verstärkungen in die Stadt verlegt, darunter auch einige, der vorhin in der Truppenaufstellung erwähnte, denen es in heftigen Kämpfen bis zum 11. März auch gelungen war, die besetzten Teile Tarnopols freizukämpfen. Schukows Antwort war ein pausenloses Bombardement der Stadt durch seine schwere Artillerie. Am 8. März 1944 hatte ein Führerbefehl Tarnopol mit 28 weiteren Orten an der Ostfront zum sogenannten festen Platz oder Festung gemacht, wobei allerdings diese Festungen auf den Verlauf der Kämpfe im Großen und Ganzen kaum Auswirkungen hatten. Denn häufig hatten die sowjetischen Truppen solche Festungen entweder zunächst links liegen gelassen oder sie vor ihrer Eroberung mit Artillerie und Schlachtfliegern dem Erdboden gleichgemacht. Damit waren diese sogenannten festen Plätze lediglich eine Verschwendung von Kräften, die dafür an anderer Stelle fehlten. Im Fall von Tarnopol, das wie gehört ja über keinen Feldflugplatz verfügte, war die Versorgung durch Abwürfe von Versorgungsbomben für die gebeutelte deutsche Luftwaffe eine zusätzliche Belastung, da die Rote Armee im Belagerungsring Tarnopol eine derart starke Flugabwehr aufgebaut hatte, dass die Luftwaffe vor ihren Abwürfen zuerst Jagdflugzeuge und Bomber einsetzen mussten, bevor ihre Transportmaschinen Versorgungsbomben abwerfen oder im Morgengrauen und in der Abenddämmerung Lastensegler anlanden konnten. Der am Mittwoch, dem 22. März, als Festungskommandeur eingesetzter Generalmajor von Neindorf hatte trotz der Erkenntnis der Sinnlosigkeit einer erfolgreichen Verteidigung gegen eine bis zu zehnfachen Übermacht seine im Gefechtswert stark gemischten Verbände rund um die Stadt herum eingraben lassen. Aber angesichts der trostlosen Lager hatte er auch bereits am nächsten Tag bei der ihm vorgesetzten von Generalfeldmarschall Erich von Mannstein geführten Heeresgruppe Süd Antrag um sofortigen Ausbruch aus dem Tarnopolkessel gestellt, was aber, wie üblich bei solchen Anfragen, von Hitler kategorisch abgelehnt worden war. Immerhin hatte ein bis zum 20. März gehender und von der Heeresgruppe befohlener Entsatzangriff südostwärts von Tarnopol eine geringe Entlastung herbeigeführt. Dazu war hat eingesetzt worden das 48. Panzerkorps unter General der Panzertruppen Hermann Balk mit unterstellter 2. SS-Panzervision Das Reich unter SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Heinz Lammeding der 371. Infanteriedivision unter dem 1950 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verstorbenen Generalmajor Hans-Joachim Bauermeister sowie der 8. Panzerdivision unter Generalmajor Gottfried Fröhlich und der 19. Panzerdivision unter Generalmajor Walter Denkert. Dann allerdings war das 48. Panzerkorps vom 21. bis 24. März zurückgeworfen worden von der 60. sowjetischen Armee unter dem am 17. Februar 1945 in Ostpreußen gefallenen Armeegeneral Ivan Danilovic Czernyachowski mit elf Schützendivisionen einer Artilleriedivision und dem 4. Garde-Panzerkorps Damit war das nun bereits 20 Kilometer hinter den deutschen Linien liegenden Tarnopol eingekesselt von vier sowjetischen Schützendivisionen unterstützt von Panzern, Artillerie- und Raketenwerfern Daraufhin war am Sonnabend, dem 25. März um 4.30 Uhr eine von Oberstwerner Friebe geführte verstärkte Kampfgruppe der 8. Panzerivision zum Entsatzangriff auf Tarnopol angetreten. Dafür standen Friebe zur Verfügung das Panzerregiment 10 mit einem Bataillon Panzerkampfwagen 5 Panther sowie das unterstellte 1. Bataillon des Panzerkranadierregiments 8 und von der 19. Panzerdivision das unterstellte 1. Bataillon des Panzerkranadierregiments 74 Aber nachdem drei sowjetische Stellungen durchbrochen worden waren war der deutsche Angriff in ein undurchdringliches Abwehrfeuer sowjetischer Artillerie Panzerabwehrgeschützen, Mörsern und auch Erdkampfflugzeugen geraten dass Friebe den Angriff abbrechen musste und auf die eigene Linie zurückgegangen war. Dann, am 28. März hatte nach einem mehrstündigen Bombardement eine von Panzern, Artillerie und Schlachtfliegern unterstützte sowjetische Schützendivision das mit jungen Rekruten aufgefüllte 2. Bataillon des Grenadierregiments 949 angegriffen das dabei schwere Verluste erlitt. Drei Tage später, am 31. März hatte die Rote Armee dann die schwachen deutschen Verteidigungsstellungen durchbrochen und den innerstädtischen Verteidigungsbereich auf eine Fläche von einem Quadratkilometer zusammengepresst. Am 5. April nach weiteren mehrstündigen Bombardements und dauernden Angriffen gegen die immer stärker abgekämpften und dezimierten sich aber immer noch verzweifelt verteidigten deutschen Verbände hatte die schwere sowjetische Artillerie die Ruinenlandschaft von Tarnopol noch einmal umgepflügt was zu weiteren schweren deutschen Verlusten führte. Danach begann ein erbarmungslos geführter Straßen- und Äußerkampf Mann gegen Mann bis den deutschen Infanteriezügen den eingegrabenen Panzerabwehrkanonen und den wenigen hin- und herrumpelnden Sturmgeschützen und selbst vor Lafetten die Munition ausgegangen war. Um zu retten, was noch zu retten war, hatte die Heeresgruppe Süd am 11. April einen erneuten Entsatzversuch befohlen. Dafür standen im Führer der verstärkten Kampfgruppe des obersten Friebe 71 Panzer und 27 Sturmgeschütze zur Verfügung hauptsächlich von der am 1. Februar 43 aufgestellten 9. SS-Panzerdivision Hohenstaufen unter SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Wilhelm Bittrich. Aber dann waren Friebes Panzer und Grenadiere rund 9 Kilometer vor Tarnopol sowohl durch starkes sowjetisches Abwehrfeuer als auch einer zerstörten Brücke über den Fluss Wursuska angehalten worden. Als dann Pioniere während der dauernden Fliegerangriffe eine Brücke fertigstellen konnten und die Kampfgruppe Friebe am 16. ihren Entsatzangriff fortsetzen konnte, war es für die Verteidiger von Tarnopol zu spät. Sie hatten den sowjetischen Großangriff vom 11. auf den 12. April nicht mehr abwehren können. Ob Generalmajor von Neindorf zu diesem Zeitpunkt noch an eine glückliche Wendung für sich und den bis dahin überlebenden Soldaten geglaubt hat, ist zweifelhaft. Seine Funksprüche sprechen eine andere Sprache. 12. April, 21.25 Uhr Lage äußerst verzweifelt. Einbrüche können nicht mehr aufgefangen werden. Verbindungen zwischen den Einheiten verloren. Von weiterem feindlichem Druck sind schwerwiegende Folgen zu erwarten. Entlastung ist dringend geboten, bevor es zu spät ist. Nachdem dann am 13. April ein weiterer sowjetischer Angriff die Stadt endgültig in zwei Teile gespaltet hatte, hatten sich in der Nacht vom 13. auf den 14. April unter die Führung des Generals über 1300 Soldaten mit einem Panzer, zwei Sturmgeschützen, zwei Selbstfalllaffetten, einer Panzerabwehrkanone und zwei leichten Infanteriegeschützen, versammelt zum Ausbruch nach Zagrobella. Weitere 200 Mann waren im ostweitigen Teil des Verteidigungsbereichs geblieben. Um dort sowjetische Truppen zu binden, waren jedoch in der Nacht vom 14. auf den 15. April aufgerieben worden, wonach dann die Rote Armee am Vormittag große Teile von Tarnopol besetzte. Was beim versuchten Ausbruch aus der Stadt geschehen war, kann nur erahnt werden. Jedenfalls hatte am Mittag die Heeresgruppe Süd den letzten Funkspruch empfangen, wonach Generalmajor von Neindorf im Nahkampf gefallen war. Er ist posthum am 17. April 1944 mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet und zum Generalleutnant befördert worden. Nach dem Tod des Generals hatte der Kommandeur des Grenadierregiments 949 Oberst von Schönfeld die Führung über die Reste der im Kessel Zagrobella zusammengetränkten rund 1.400 Mann übernommen. Dann, am 16. März nachts um 2 Uhr waren mit dem Mut der Verzweiflung zwei Gruppen von je 700 ausgepowerten übermüdeten Gestalten seit Tagen ohne richtige Verpflegung und Trinkwasser und teilweise verwundet zum Ausbruch nach Osten und Nordosten angetreten. Aber bis auf 43 Mann die am 16. April 15 Kilometer westlich von Tarnopol bei dem Ort Schodascho auf die vordersten Teile von Friebes Kampfgruppe gestoßen waren und sieben Mann die am 18., also zwei Tage nach dem Ausbruch 21 Kilometer entfernt im Nordosten auf Stellungen der 357. Infanteriedivision aufgelaufen waren waren alle anderen gefallen einschließlich Oberst von Schönfeld der Posthum zum Generalmajor befördert wurde. Eine besondere Erwähnung verdienen die rund 700 Schwerverwundeten die wegen der vorwiegend mit Holz gebauten Häusern in den wenigen verfügbaren Kellern untergebracht worden waren und die man ihrem Schicksal überlassen hatte wobei nicht bekannt ist was mit ihnen geschehen ist. Vergessen werden sollen aber auch nicht die nach einer Schätzung rund 16.000 gefallenen oder vermissten sowjetischen Soldaten die wie ihre deutschen Gegner lieber als alte Männer eines natürlichen Todes im Bett gestorben wären als sich untereinander umzubringen. Während die Schlacht um Stalingrad 1942-43 vielfach beschrieben sogar verfilmt und auch heute noch im Bewusstsein vieler Menschen ist ist die um die Festung Tarnopol vergessen. Für die Statistik ist es lediglich eine der vielen Schlachten des Zweiten Weltkrieges in der zwischen 4.500 und 5.000 deutsche Soldaten gefallen sind als der Krieg für ihr Land längst verloren war. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020